Green Hill Bike Park. Weltbekannt in nur einem Jahr. Der Green Hill Bike Park ist wohl der im letzten Jahr bekannteste Bike Park geworden. Und mittlerweile kennt man ihn sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus. Doch wieso ist der Park so erfolgreich geworden? Sind es die Strecken? Der Lift? Oder dass der Park als allererstes im Jahr aufmacht? Ey, das hätte ich ja nicht gedacht, ne? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute am Green Hill Bike Park und der Park hat jetzt ungefähr so etwas mehr als ein Jahr geöffnet. Und irgendwie scheint den Park ja tatsächlich die ganze Welt zu kennen. Und irgendwie hat der Park wohl einiges richtig gemacht. Wieso, weshalb, warum, damit beschäftigen wir uns heute und gehen das mal so ein bisschen durch, was so im vergangenen Jahr passiert ist. Und drehen natürlich auch ein paar Runden, denn wir haben heute hohen Besuch. Der Tom von Bike & Ride ist heute mit uns hier zusammen. Tobi on Trey, der Naki Dye Star. Ja, jede Menge Leute sind da. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine gute Zeit hier im Park. Und klären die Frage, warum ist dieser Bike Park hier so krass erfolgreich geworden? Und ist es wirklich der beste Bike Park in Deutschland? Viel Spaß bei diesem Video. Als ich das erste Mal auf den Park aufmerksam geworden bin, war ich gerade auf dem Rückweg vom Bike Park Willingen und habe die Strecken gesehen. Und dachte mir, hä, bauen die da gerade eine Motor Cross Strecke? Aber nein, es waren tatsächlich Mountainbike Sprünge. Und das war mein erster Berührungspunkt mit dem Green Hill Bike Park. Anschließend war ich auch ziemlich früh dann im Bike Park, nachdem er eröffnet hatte, um ein Video zu drehen und um sich das Ganze einmal anzuschauen. Ich muss sagen, der Park hat schon was ziemlich Besonderes. Wie der Park gebaut ist und die Atmosphäre hier, das ist schon ein bisschen anderes Feeling als zum Beispiel im Bike Park Winterberg. Auf, irgendwie anders? Wie schnell soll ich das ein hier? Wie schnell soll ich das ein hier? Für mich persönlich ist der Green Hill Bike Park sehr attraktiv, weil er nur anderthalb Stunden von mir zu Hause weg ist. Und ich fahre nicht so gerne lange, weite Strecken in Parks, weil ich dann schon irgendwie fertig bin, bevor ich überhaupt da bin. Aber ich habe an diesem Tag ein paar Leute mal gefragt, warum sie überhaupt gerade im Green Hill Bike Park unterwegs sind. Warum ich heute im Green Hill Bike Park bin, ist ganz einfach. Es ist super Wetter. 2023er Sommer ist echt übel. Und da muss man jeden Tag nutzen, der gutes Wetter bietet. Ich bin heute im Green Hill Bike Park, weil ich das endlich mal wieder geschafft habe, aufs Fahrrad zu kommen. Und donnerstags eigentlich kein besserer Park zur Verfügung steht. Also Green Hill. Ich bin heute im Green Hill Bike Park, weil ich donnerstags nichts besseres zu tun habe und das Wetter wunderbar ist. Was ist das? Boah, der Stock, Alter! Ja! Was für mich den Green Hill Bike Park sehr besonders macht, sind in erster Linie die Strecken. Man hat von allem hier wirklich etwas. Das einzige was vielleicht fehlt, ist wirklich so eine richtig schnelle, schöne Downhill Line. Weil die Enduro Strecken halt doch, naja zumindest für mich auf jeden Fall nicht wirklich schnell fahrbar sind. Und was dazu kommt, ich habe so das Gefühl, dass der Park von Anfang an ziemlich viel richtig gemacht hat. Es ging schon los mit dem Social Media Auftritt, bevor der Park überhaupt auf hatte. Dann gab es so ein paar Influencer, die schon vorher die Strecken besichtigen durften und 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 und. Außerdem wurde sozusagen das Easy Loop System, zumindest für mich, erst durch diesen Park wirklich bekannt. Zumindest was Deutschland betrifft. Aber genug von mir, ich habe auch hierzu ein paar Leute befragt, was sie glauben, was den Green Hill Bike Park so besonders macht. Ich habe hier jede Menge neu. Den Green Hill Bike Park machen die großen Sprünge sehr besonders und die vielfältigen Strecken, die nicht allzu lang sind, um wieder nach oben zu kommen und man genug Abfahrten am Tag machen kann. Dass der Park anders ist als alle anderen in Deutschland und ich hier das Gefühl habe, mich immer verbessern zu können. Jetzt könnte ich sagen, der Schlepplift mit seinem Easy Loop System, aber grundsätzlich die Streckenvielfalt. Ich finde es geil, dass die die Kombination aus anspruchsvollen Enduro Trails und schön entspannten und doch großen Jumplines bieten. Und du hast eben beides. Teilweise überschneidet sich das sogar so ein bisschen und das macht die ganze Sache sehr vielfältig und das finde ich einfach übelst gut. Das war's. Das war's. Und das ist mir ein bisschen zu Ende. Und du hast mich einfach ein bisschen Angst. Und du hast mich auch ein bisschen Angst. Ich bin natürlich ein bisschen Angst, was du hast. Ich bin viel zu tenemos ignorierend. Es ist mir viel zu viel. Und das ist mir auch gut. Aber du hast uns einen paper-Subschraining. Jetzt haben wir jede Menge Sachen gehört, die den Green Hill Bike Park besonders machen und was hier richtig, richtig cool ist. Aber kann der Bike Park auch irgendetwas in Zukunft noch besser machen? Was könnte der Bike Park Green Hill noch besser machen? Das mit dem Ticketverkauf und Einlösen. Da hast du teilweise, wenn es voll ist am Wochenende, eine sehr lange Schlange. Und vielleicht den Lift irgendwie umgestalten, weil da stehst du auch schon, wenn es voll ist, extrem lange dran. Sonst ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, noch weitere Strecken hinzuzuführen, wie die Sölden Line, die wahrscheinlich nochmal überarbeitet wird. Ja, sonst ist es schon ziemlich nah am Optimum dran, muss ich sagen. Ja, ist schwer zu beantworten. Also den Park gibt es jetzt ein bisschen länger als ein Jahr und irgendwie haben die alles richtig gemacht jetzt seit einem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, dass schon das Nines Festival hier hinkommt, zeigt ja, dass die eigentlich alles richtig machen. Also ich finde, die könnten die grüne Wiese wieder zum Campen öffnen. Das wäre ein Wunsch. Oh! 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 Da hat man so viel Speed, man schafft das locker. So Leute, der Tag ist vorbei, wir hatten eine schöne Zeit hier im Green Hill Bike Park heute, Sonne geht langsam unter und wir haben ein paar Leute gehört, warum sie denken, dass der Green Hill Bike Park so erfolgreich ist. Ich möchte allerdings auch noch natürlich meine Meinung sagen und ich glaube, es ist das Zusammenspiel aus allen Dingen. So ist es ja ziemlich oft im Leben, meistens ist es nicht eine Sache, die irgendwie den großen Erfolg bringt, sondern die vielen kleinen Dinge, die man richtig gemacht hat. Davon habt ihr jetzt einige gehört und vielleicht ist das Inspiration für einen anderen Bike Park oder vielleicht ist das auch Inspiration für euch persönlich zu Hause. Denn dieses Learning, was hier jetzt gut funktioniert hat mit den vielen kleinen Steps und den vielen kleinen Dingen, die richtig gut gelaufen sind, vielleicht könnt ihr daraus was für euch persönlich mitnehmen und das in euer Leben so implementieren. Zum Beispiel beim Mountainbiken ist es genau das gleiche, immer kleine Steps, Baby Steps, manchmal ist dann auch mal ein großer dabei, wenn es endlich Klick macht und es geht voran. Aber man wird nicht von heute auf morgen irgendwie Profi und es braucht einfach Zeit. Nichtsdestotrotz fette Props an den Green Hill Bike Park, was sie in einem Jahr gerissen haben. Meine Theorien habt ihr gehört, die anderen Theorien auch und ich denke, das Geheimnis weiß der Green Hill Bike Park vielleicht einfach auch nur selber. Ich glaube allerdings, dass ein ganz großer Teil einfach wir alle sind, die Community auch. Denn ohne uns funktioniert das ja nicht, genauso wie dieser Kanal nicht funktionieren würde ohne euch. Und deswegen großes Dankeschön auch nochmal von meiner Seite aus an alle, die mich supporten, an alle, die diesen Sport supporten. Und in diesem Sinne, Leute, verabschiede ich mich für heute. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.